einen schönen guten morgen an alle die zum ersten mal da sind willkommen zurück an alle die schon wieder da sind ich fange heute mal einfach mal an mit dem user fragen special weil ich einfach bock darauf habe ich auch schon wieder zwei drei sachen gesehen habt die mir ein bisschen auf die nubel gehen daher fangen wir damit an als erstes drei coins wir fangen an mit atom hier alles gut soweit das ist natürlich ein monsteranstieg sehr sehr krass das sind jetzt ungefähr 350 prozent in 50 tagen aufpasse nach solchen pumps kommt auch oft ein dampf diese gelbe linie wäre für mich eine exit linie wenn wir da durchfallen wäre ich raus weil wir haben hier eine auflage punkt und hier wenn wir hier durchfall schlagen wir sofort auf die grüne linie an wenn die nicht halten nächste 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 und so weiter und so weiter wenn wir die nach unten hin brechen und ein bisschen weiter nach unten fallen ist ja nicht so schlimm dann zeichnen wir uns eine neue long linie da können wir hier oder hier wieder einspringen aber ich wäre vorsichtig wenn wir die nach unten hin durch brechen hier nach oben hin gibt es keine daten das heißt sobald wir hier 38 nach oben hin überspringen überspringen darauf setzen als support bestätigen wieder hochziehen über diesen punkt hinaus long einstieg möglich wohin weiß ich nicht es gibt keine daten nach oben von daher runde zahlen 40 50 60 und so weiter ich hoffe das konnte demjenigen weiterhelfen als nächstes chain link hier ist noch eine zeichnung drin ich weiß nicht wann ich die gemacht habe wahrscheinlich irgendwann die letzten tage hier ist im endeffekt genau das passiert was ich gesagt habe wenn wir hier ausbrechen wenn wir als erstes die grüne linie anlaufen hier dann aufpassen also es bleibt dabei ich kann diese grüne linie um ein paar millimeter setzen solange wir unter dieser grünen linie bleiben für mich kein neuer long diese grüne linie ist wichtig wir sollten nach oben überspringen retesten und dann über diesen punkt hinaus ok long einstieg möglich ziel ihren die 36 solange wieder unter der grünen linie bleiben müssen wir auch damit rechnen dass wir hier nochmal hinkommen also im moment gilt es da einfach aufzupassen wäre ich nicht in dem trade drin würde ich jetzt gerade auch nicht hinterher springen mal tick haben wir die letzten tage sehr sehr oft gemacht wird gelbe linie ist eine exit linie ok wir sind durchgefallen erstmal raus seiten linie mal sehen was passiert im endeffekt können wir jetzt unsere neue long linie diese grüne hier einfach versetzen so und sobald wir die nach oben hin wieder überspringen haben wir eine erneute long möglichkeit überspringen retesten ok über diesen punkt hinaus long rein ziel 1 50 solange wir unter dieser grünen linie bleiben sieht es nicht so positiv aus noch noch viel schlechter wäre es wenn wir die 1 30 nach unten hin unterschreiten dann wird es nur eine stunde 2 3 4 dauern bis wir die 1 22 wieder sehen alles unter 1 22 ist ganz ganz schlecht dann kann es sehr sehr schnell zur marke von einem dollar gehen ich hoffe das hat demjenigen auch weiter geholfen frage in den kommentaren an mario können wir denn in den nächsten stunden auch parabol ansteigen was ist das denn für eine frage keine ahnung das kann ich nicht wissen wenn ich wissen würde würde ich sofort immer long oder short gehen kann es passieren ja können auch heftig auf die backen kriegen ja dafür sind wir da dafür analysieren wir unsere charts dafür folgen wir den trendlinien so etwas wie hier diese gelbe linie die war sehr sehr schmackhaft die war sehr sehr schön die haben wir auch hier unten geritten aber ich kann es ja nicht wissen ob es die nächsten stunden so weitergeht der prediction über vier stunden abzugeben ist wie sag ich mal in den fischgedämen zu lesen stinkt kann ich wirklich nicht sagen weiß ich nicht wenn ich es wüsste würde ich immer alles klar zwei stunden vorher schön mit einem 8000 erhebel reingehen und mir jeden tag 70 mille rein tun aber das kann niemand wissen deswegen gibt es trendlinien deswegen wir müssen mir diesen trendlinien folgen und einfach sehen was dort passiert so was haben wir denn noch mario wie sieht es denn aus ich haue jetzt mal einen spekulativen raus ein spekulatius long ich haue mal ein spekulatius short raus kann man machen wenn man zu viel geld auf der seite hat kein problem allerdings überhaupt nicht mein ding ein spekulativer long oder short wenn ich das mache dann heißt das nicht dass ich mal die augen zu mache und auf rot oder schwarz besitze sondern spekulativ bedeutet für mich einfach okay wir haben eine trendlinie gebrochen aber es ist nicht komplett sicher und ich habe einen engen stop loss ich kann nicht einfach sagen okay hier wir befinden uns jetzt gerade hier in diesem absturz und auch wir sind da schon ganz schön drüber untergekommen und ich mache hier mal spekulativ lang klatsch oh mist ich steige ein bisschen niedriger ein und haue jetzt hier noch einen spekulativen long ein bumm oh scheiße wir sind auch noch ein ganz stück runter gekommen na wenn ich jetzt hier noch mal long gehe dann habe ich ja dann vergünstigere ich meinen mein einstieg okay long und dann bam ne und die meisten denken sich dann hier unten ei 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 wir gehen auf 10.000 okay ich verkaufe alles und und um das ist das problem mit spekulativen sachen sowas hier das warten wir einfach ab genauso wie hier wir warten bis eine trendlinie nach oben hin durchbrochen wird und dann hauen wir einen raus spekulativ ist nicht so unbedingt kein vorteil jetzt noch mal eine komplett andere sache ich habe doch tatsächlich heute morgen wieder den fehler gemacht und habe mir ein zwei youtuber reingezogen es ist und bleibt ein fehler ich werde und ich sollte es einfach nicht tun wenn mich jemand fragt mario warum handelst du denn nicht nach fundamental daten das ist genau die sache die mir wieder aufgefallen ist viele youtuber hauen euch da irgendeinen raus die hashrate steigt und cardano hat hier und da neue projekte und dies und das und wir haben einen golden cross und keine ahnung und ich kann dabei einfach nur die hände über den kopf zusammenschlagen und sagen meine fresse es ist so viel gelaber so viel müll das bringt null es bringt 0,0 zu wissen ob cardano neue projekte hat ob bitcoin irgendwo akzeptiert wird ob dies und ob das das ist so eine scheiße es bringt euch im kurs 0,0 weiter es hat keine auswirkung auf den kurs wenn ihr euch nur hier auf das konzentriert auf das was die charts euch sagen auf das was die kurse euch sagen seid ihr 100 mal besser dran als wenn ihr darauf hört was euch irgendeine birne erzählt dass es da und daran eine positive news gibt das hat null einfluss das hat kurzfristig vielleicht einfluss wenn der elon musk tweetet dogecoin ist mastercoin und den akzeptiere ich jetzt auf tesla okay dann steigt die scheiße um 30 prozent ja das ist aber keine fundamental date das ist social media gelaber sage ich einfach mal so wenn ich in 20 minuten video sehend in 20 minuten 5 coins gemacht werden und für jeden coin irgendwo was herausgesucht wird ja hier glass note und da positive nachrichten und so mein leute ja da schalte ich sofort ab das bringt wirklich überhaupt überhaupt nichts überhaupt gar nichts wie oft habe ich euch jetzt hier irgendwie was angesagt okay hätte euch das jetzt weiter gebracht wenn ihr gleichzeitig irgendwas geguckt hättet wo ich einer sagt ja wir haben hier durchaus positive nachrichten nein überhaupt nicht meine fresse nicht das ist wirklich sehen das ist eine schande dass manche leute so viele follower haben das ist wirklich ne ich kann nur mit dem kopf schütteln bevor ich mich weiter aufrege mache ich schluss mit diesen user fragen ähm special gleich kommt bitcoin update danach ethereum und co update und danach ein schönes video ob wir uns jetzt gerade doch im bärenmarkt befinden in dem sinne wünsche ich euch einfach einen wunderschönen guten freitag morgen ich hoffe ihr habt gut geschlafen oder ihr schlaft noch wir haben ja gerade erst mal 10 vor 4 und in dem sinne würde ich einfach sagen sehen wir uns gleich in den anderen updates wie immer wenn euch das ganz gefallen hat gerne ein like ein kommentar für den algorithmus und ein abo falls ihr keine abonnenten seid oder 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 oder